Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute versuche ich Minecraft durchzuspielen, aber mein Twitch-Chat kann Monsters spawnen und mich damit töten. Wither und Enderdrachen kann man natürlich nicht spawnen. Ich glaube, das wäre ein bisschen OP, Leute. Dafür gibt es eine Menge andere Mobs, die man spawnen kann. Und falls ich sterben sollte, muss ich mir meinen geliebten Bart abrasieren und sehe dann wieder aus wie ein kleiner Junge. Ich weiß, ich habe nicht den längsten Bart, okay? Der sieht jetzt nicht so krass aus. Hier an den Seiten sowieso, der wächst ja nicht so heftig. Den lasse ich gerade einfach so wachsen. Aber der hier und der hier, der sieht gut aus, okay? Der macht mich inzwischen aus. Wenn ich das abrasiere, sehe ich wieder aus wie ein 10-jähriges Kind, das Minecraft einfach spielt. Von daher ist mir der Bart schon wichtig. Meine Freundin wird sich auch nicht freuen, wenn ich die dann heute oder morgen sehe und auf einmal ist mein Bart ab. Dann denken sie sich auch so, Ryan WTF, vielleicht mache ich Schluss. Aber wir versuchen das trotzdem. Vielleicht schaffe ich es Minecraft durchzuspielen, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht, aber mal sehen. Okay, schreit mal scharf in den Chat. Yes! Yes! Okay, es funktioniert. Los geht's! Okay, ich bin gespannt. Der Dorfstart ist natürlich richtig geil für mich. Ich glaube, der Anfang wird einfach, denn wir haben ein Dorf und wir sind auch noch wenig Leute im Chat. 50 gerade. Je mehr wir nachher im Chat sind, desto schwieriger wird ja auch die Challenge für mich, weil desto mehr Monster könnt ihr spawnen. So müsst ihr euch jetzt am besten halt irgendwie einigermaßen absprechen und das Gleiche schreiben, weil wenn jetzt zwei Leute Blaze schreiben, zwei schreiben Spinne und drei schreiben Creeper, bringt es nix. Oh, Creeper. Warte, vielleicht kann er mir helfen, wenn er explodiert. Toll. Ich dachte, der gibt mir Stein. Ich glaube, ich habe es zu schwer eingestellt, Leute. Doch nicht, doch nicht! Oh mein Gott, Hogland. Die Sachen haben auch Cooldown, by the way, ne? Also wenn ihr jetzt einen Hogland gespawnt habt, dann könnt ihr jetzt, ich glaube für 30 Seiten keinen Hogland mehr spawnen. Bei Hogland ist der Cooldown mit am höchsten. Creeper und so hat, glaube ich, 15 oder 20 Sekunden Cooldown. Ich will nicht in die Höhle gehen, wenn ich nicht vorher weiß, dass da Eisen ist, weil das ist irgendwie gruselig. Weil in engem Raum kann ich nicht wegrennen. Minecraft, aber mein Chat spawnt die ganze Zeit scharfe. Extrem schwierig. Leute, wollt ihr nicht einfach nur Blazes spawnen und Enderman? Da muss ich einfach nicht in den Nether gehen. Ihr könnt auch ausnahmsweise immer nett zu mir sein heute, oder? Falls ihr meine Instagram-Story gesehen habt, habt ihr schon gesehen, dass heute mein Ofen komplett kaputt gegangen ist. Und davor das Spiegelteil, also dieses Glasteil, was vor dem Ofen ist, ist bei mir zerbrochen und ich hatte eine Million Scherben bei mir in der Küche. Dann könnt ihr mir noch wenigstens ein paar Enderman und Blazes geben. Oh mein Skelett, ein Squid Game. Okay, dann... Oh, shit! Oh, Alter. Auf einmal spawnt... Ah, es ist ein Babyhogland geworden. Lol, was für ein Noob. Der Panda wird jetzt leider Damage kassieren. Sorry, Leute, der Panda ist tot. Stellt euch vor, ich sterbe einfach nicht durch eure... Durch eure Monster, sondern... Ah, nein! Nein, 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 nein! Oh! Oh mein Gott! Ich hab ein Herz, ich hab... Fuck! Wo... Junge, ich wollte es gerade sagen. Stellt euch vor, ich sterbe einfach nicht an euren Monstern, sondern an den Monstern im Spiel. Und dann ster... Leute, ich glaube, meine Mama hat mich gerufen. Ich musste den Streamers machen, tschüss. Ich wollte schon immer mal sehen, wie ich nur mit Schnurrbart aussehe. Ich werde jetzt erstmal alles hier abrasieren, außer den Schnurrbart, okay? Dann mach ich noch einen Try und egal, wie das ausgeht, dann mach ich den Schnurrbart auch noch ab, okay? Weil ich bin gestorben, aber ich will einmal wissen, wie ich nur mit Schnurrbart aussehe. Nur mit Schnurrbart sieht man entweder... Manchen Menschen steht das richtig gut, oder man sieht aus wie der größte... Wenn ich nochmal sterbe, rasiere ich mir die Augenbrauen ab. Spaß. Das ist auch weird in seinem Stream, in seinem eigenen Zimmer, sich den Bart ohne Spiegel zu rasieren. Meine Haare ignorieren wir einfach mal, die müssen auf jeden Fall auch... Okay, erster... Oh boy. Wenn ich das hier abrasiert habe, sehe ich immer noch nicht aus wie zwölf, glaube ich. Pass auf, das geht immer noch. Ich hatte früher ja auch... Hier habe ich den mal abgeschnitten und dann hier gelassen. So geht's noch. Ja, hier, wir wehtun. Kann ich den nur in der Mitte einfach wegmachen? Ich habe meinen Kinn lange nicht gesehen. Ich habe mich geschnitten. Ich habe meiner Freundin gestern schon erzählt, dass ich diese Challenge heute mache und sie hat sehr traurig geguckt. Ey, aber real talk, nur Schnurrbart geht auch, oder? Was meint ihr? Einfach nur Schnäuzer? Ist doch nice. Komm, nicht schlecht rasiert. Ich glaube, in der Cam sieht man es nicht so... Ach, du Kacke, was das? Stellt euch vor, ich gehe so raus jetzt einfach. Wir machen jetzt noch einen Try und nach diesem Try kommt dann mein Schnurrbart ab und dann sehe ich offiziell aus wie fünf Jahre alt. Wir machen den zweiten Versuch. Ich starte in der Wüste, das ist... Oh mein Gott, kann ich in einer anderen Welt starten? Was ist das denn hier? Ich habe kein Holz oder sonst was. Das ist der schlechteste Start ever. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich bin ja diesen Freitag auf der Hochzeit von Ulle und ich habe Ulle ja auch noch nie gesehen. Ich habe da... Ich fahre alleine dahin, weil keiner Zeit hatte. Danke für den Furzgebiet. Ich fahre alleine dahin, weil keiner Zeit hatte. Tobias hatte keine Zeit, meine Freundin hatte keine Zeit, deswegen fahre ich alleine dahin und ich kenne da niemanden und habe mir dann auch noch den Bart abrasiert und sehe aus wie ein Baby. Mein Selbstbewusstsein ist dann zu dem Zeitpunkt auf 0,0% und da muss ich dann mit ganz vielen fremden Leuten reden und mich anfreunden. Da bin ich sowieso schon schlecht drin und dann sehe ich auch noch aus wie ein Baby. Aber das wird schon. Ich bin echt gespannt, wie ich ohne Bart aussehe. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr ohne Bart gesehen. Ich weiß auch damals, als ich mir den Bart wachsen lassen, meinten alle, Ryan, also zumindest auf YouTube, alle, Ryan, bah, mach den Bart ab, das sieht kacke aus, lass den nicht wachsen, lass den nicht wachsen, weil es so ungewohnt war. Und sobald sich einmal alle dran gewöhnt haben, meinten die so, ey, Ryan, mit Bart sieht viel besser aus, bitte schneid den nicht mehr ab. Nein, Ryan, mach den Bart nicht ab. Nee, ohne Bart sieht kacke aus. Moin. Oh, ein pinkes Schaf, let's go. Seltene Sachen. Tschüss. Oh, oh, Blaze, 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 Blaze. Egal, ich kill den. Pass auf, ohne Schild. Das wäre mein erster Blaze-Rot. Und? Jawohl, nice. Ah! Oh, mein Gott. Oh, das hätte mich fast gekillt. Aber mein Crafting-Table ist kaputt und mein Ofen. Was soll der Scheiß? Ey, ihr habt es gerade auch mit den Creepern und den Hexen, ne? Oh, shit. Oh, nein, ich bin vergiftet. Habe ich schon Essen? Ich habe nur rohes Essen. Oh, shit, das ist mein Tod, wird mir gerade klar, das ist mein Tod. Ich kann nicht jetzt nochmal sterben, Leute. Ich regeneriere halt nicht, ist das Problem. Und ich wollte mich einbauen, aber ich kann mich auch nicht einbauen, weil wenn ich mich einbaue, spawnt in einen Ghast oder sowas, dann bin ich tot. Das heißt, ich mo- Ich habe doch rechtlich gedrückt. Was ist das hier eigentlich noch? Junge. Ich auch, man. Zeit, wieder zwölf zu werden. Wolltet ihn alle, ihr kriegt ihn. Der alte Ryan ist zurück. Oder kommt zurück. Der 2016 Ryan. Fertig, Leute, weiter geht's. Lasst uns Minecraft spielen. Sieht gut aus, oder? Gefällt euch das? Ey, okay, ich habe mich gefühlt 38.000 Mal geschnitten. Ich sehe aus wie zwölf. Hallo, ich bin Ryan. Ich bin acht Jahre alt und ich spiele ja Minecraft. Ich habe Realtalk schon mal überlegt, was lustig wäre. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Minecraft sterbe, rasihe ich mir so einen Schlitz in die Augenbrauen, wisst ihr? Aber dann trennt sich meine Freundin Realtalk, glaube ich. Deswegen kann ich das nicht machen. Wenn ich mir jetzt... Ich hätte richtig Lust, mir so einen Strich in die Augenbrauen zu rasieren. Dann sehe ich mir mit meiner Glatze so richtig aggressiv aus. Und wenn ich dann wieder einen Bart habe. Aber dann bin ich wirklich Single. Das kann ich leider nicht machen. Jetzt kann ich nicht mehr auf Twitch gebannt werden. Aber ich habe irgendwo noch ein Haar. Da ist noch ein Haar. Hier sind auch überall noch Haare. Hier sind noch Haare. Darüber wollen wir gar nicht reden. Hier sind noch Haare. Das sieht so schlimm aus. Wenn ich jetzt rausgehen würde, würde mich jeder für einen Verrückten halten. Das war von noch einen Try. Ich sehe dafür... Ihr könnt mich angucken, wie ich mit meinen Pflastern hier sitze und Kacke aussehe. Und könnt nebenbei Monster spawnen und versuchen, mich zu killen. Das sieht schlimmer aus, als gedacht, um mich zu sein. Ich dachte, vielleicht sieht ohne Bart noch ganz nice aus. Aber sieht es nicht. Wenn ich sterbe, dann mache ich mir On-Stream-Nasen-Piercing. Wenn ich im Minecraft sterbe, dann... What? Junge, was war das denn? Alles okay bei euch? Das hat mich ultra erschrocken. Wenn ich sterbe, dann tätowiere ich mir den Namen von einem Zuschauer auf meine Stieren. Das Traurige ist, bis jetzt sind in meiner Welt am meisten Schafe gespawnt eigentlich. Und keine krassen Monster. Und ich bin trotzdem schon zweimal gestorben. Es sind halt... Oh boy, Hexe. Lolli ist ein bisschen lost. Hä? Yo! Wahrscheinlich hat... Ich schätze, ich bin wieder tot, oder? Hexe ist das Schlimmste, weil ich dann einfach Poison habe, wenn ihr mich einmal trifft. Nein. 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 Oh. Ein Blaze. Ich habe noch 12 Sekunden Poison, Mann. Poison ist OP, Creeper. Poison ist so hart OP. Okay. Okay, Poison ist weg. Ich muss schnell regenerieren. Apfel essen. Es wird auch Nacht. Ich kann nicht draußen chillen. Oh, Junge. Oh, warte. Die darf mich nicht treffen. Die darf mich nicht treffen. Ich kann nie gegen Hexen fighten. Ich weiß nicht, wie ich dir am smartesten dodge. Oh, die habe ich sogar getroffen. Egal, es war Sloane. Och, nee. Du hast doch Sloane schon geschmissen, Junge. Ich bin... Bitte spawnen wir eine Kuh. Nein, ich habe auch keinen Eimer. Ich brauche einen Eimer. Dann könnte ich mir Milch machen. Da ist die Kuh. Aber da ist auch ein... Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, ich kriege kein Eisen her. Die Kuh bringt mir leider nichts. Ich sterbe nicht an Gift, aber ich gehe ja meistens auf ein halbes Herz runter von dem Gift. Und dann killt mich ja alles. Weil das Gift so lange anhält. Also sobald ich einmal... Mann, hört doch auf. Komm, steht bevor du was schmeißt. Das heißt, sobald ich einmal zu lange vergiftet bin, bin ich ja trotzdem RIP. Weil dann bin ich auf einem halben Herz. Und ich kann mich nicht einbauen richtig dann. Weil wenn ich mich einbaue, spawnt der einfach ein Ghast oder sowas. Dann bin ich automatisch tot. Erste Enderperle ist am Start. Oh, habt ihr den Enderman gespawnt? Ehre. Aber ein... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Danke für die Hexe und den Ghast danach, Chat. Nein. Schmeiß nicht. Schmeiß nicht. Schmeiß nicht. Schmeiß nicht. Schmeiß nicht. Als ob... Aber das hält nicht lange, oder? Die hat mich von Weitem nur getroffen. Oh, oh. Leute, ich habe ein ganz großes Problem. Was? Was? Genau durch das Loch und dann in Schadenstrank? Mache ich noch einen Versuch oder gebe ich einfach auf? Jetzt ist die Frage. Let's go! Volle Konzentration. Als ob... Okay, ich bin durch. Ja, der Ryan von früher ist back, würde ich sagen. Den Bart werde ich wieder wachsen lassen. Aber bei meinem super Bartwuchs dauert das bestimmt 80 Jahre, bis ich wieder einen Bart habe. Aber naja, schaut gerne hier vorbei. Da findet ihr mein letztes Minecraft-Video. Da habe ich Minecraft OneBlock gespielt. War ein sehr aufwendiges Video. Von daher klickt da gerne drauf. Ich will jetzt erst mal weinen, weil ich keinen Bart mehr habe und aussehe wie zwei. Tschüss.